Hallo Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Let's Play. Falls ihr mich noch nicht kennen solltet, ich bin ja neu auf Youtube, hallo. Und, ja, wir zocken erstmal Sonic, danach kommt Super Mario, auch wenn ich noch nicht weiß welches. Aber erstmal Sonic 1 und 2. Wir machen nicht 100%, weil ich ehrlich gesagt die Special Stages in Sonic 2 besser kann als hier. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So. So. Komm. Das meine ich. Genau so wie die Labyrinth Zone. Oh, immer auch schon die Tierchen befreien. So. 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 5 Extra Leben 6 Extra Leben Können wir schön in der Dings dann verbraten Nein, das kann nicht sein Alles klar Wow Es bringt eigentlich sowieso nichts die Chaos Emerald überhaupt zu sammeln Weil im nächsten Sonic-Spiel sind die sowieso So Und äh Rumsamt? Ja Ach ja Es war noch ne schöne Zeitung War nicht eins als ein Eggman schon längst angreifen Dann hätte man Also So Ich hoffe ja wenigstens, dass das alles funktioniert Ja Tausend Punkte auf Sonics Nacken Evil Power und damit würde ich sagen wir sehen uns dann jetzt natürlich morgen und damit würde ich sagen wir sehen uns dann morgen ja und das war es mit dem Let's Play Tschüss